Oh, wie ein schöner Abend bei Selma im Puff. Ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's vermisst, ich hab's vermisst, ich hab's einfach so... Oh, wer steht denn hier? Guten Tag, hallo! Ja, keine Ahnung, wer das ist, ich geh einfach mal in mein Haus rein. So, äh, ah, Onkel Klaus, du wohnst ja immer noch bei uns im Schuppen. Hallo Onkel Klaus! Hallo! Klaus, gehst du bitte vielleicht in den Schuppen rein? Äh, nee. Klaus, in den Schuppen rein! Klaus! 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 Deine Kinder auf die Vennung, eigentlich auch wieder gut zu... Wer lacht denn da vor unserem Haus? Ja gut, keine Ahnung, wer das ist. Ich würd's sagen, wir gehen einfach mal hoch. Kinder! Kinder! Guten Morgen! Hallo, 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 Kinder! Hallo! Papa! Guten Morgen, hallo Stein, guten Morgen! Hallo, 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 Marc, guten Morgen! Marc! Marc! Ja! Alles raus hier, alle rein in den Raum, alle rein in den Raum, alle rein hier aus der Unreaktion! Moment, Klaus, stehst du bitte auf? Schrittenfeld! Lau! Hör doch jetzt mal auf! Einfach stein! Ja, hallo! Oh, kleinen Moment, ich komm nicht zur Tür. Ist das Home, oder? Hallo! Oh, hallo! Ich hab Blumen mitgebracht. Geil, komm ruhig rein, komm ruhig rein! Wir haben uns ja eh schon mal gesehen, ich stand schon... Ich brenne vor Liebe, ich stand schon in deiner Einfahrt, aber du hast mich ignoriert. Ich hab gedacht, vielleicht hast du mehr Blumen. Da kannst du... Ich hab auch ein Kartonsbild, aber Kai. Möchtest du sie können? Das hier links... Sind das alles seine Kinder? Das hier ist ein Stiefleffe Klaus und auch Onkel Klaus. Das hier hinter mir ist Lukas. Das hier ist Marc. Hallo, das hier ist Stein, der ist eine Spinne. Ich will mein Name selber sagen. Okay, das hier ist... Ich bin zum Döschel! Ja, soviel dazu. Ja, Hanno, bist du der... Bist du nicht eigentlich der Joshua-Weiß-Leder? Ja, zum Döschel! Ah, das darf ich dazu. Das hier ist... Das hier ist Link. Wir haben hier adoptiert. Hallo, was ist mit dir am Kopf passiert? Ja, ist ganz schön lang. Ich mag nur... Ich räume mich erstmal über die ganzen Würstchen hier. Ja? Ich möchte euch vorab sagen... Ich hasse Veganer. Ich hasse Veganer. Ich hasse Veganer. Ich hasse Veganer. Du hast Veganer? Sehr gut, wir essen hier sehr viel Fleisch. Oma, ich glaube, mein Sohn hat seine Frage. Stein, hör wieder auf, wie er alles falsch tut. Aber ich habe wirklich ein Problem mit Gemüse und Obst. Also nur Sachen vom Tier. Das gibt es ja auch nicht. So, wir gucken mal jetzt hier. Wir haben hier Fisch und Fleisch. Fisch! So, Simon, hier erstmal ein bisschen Fleisch für dich, ne? Kinder, wer... Wer hat jetzt Fisch? Jan! Papa, ich habe Hunger auch. So, hier, komm mal her. Was ist das? Lukas? Ähm, Simona? Ja? Kannst du mal ganz los... Pass mal auf, ich habe ja eine Waffe für dich. Gehst du mal kurz raus mit Lukas spielen? Komm mal mit dir. Nein! Ich heiße übrigens Simon. Ich glaube, wir haben uns das verwechselt bei Knuddels. Ich dachte, du wärst eine Frau. Nein! Oh, egal. Hauptsache Ficken. Hier, nimm mal hier die Waffe. So, hier. Eine Waffe? Hier, nimm mal die Waffe hier. Dann gehst du mal mit Lukas raus ein bisschen spielen. Lukas, gehst du mal kurz mit dem Simon rausspielen? Nein, Papa, der sieht unheimlich auf uns. Ach, halt deine Fresse, Lukas, jetzt geh! Komm, Lukas, ich bin ein... Klaus aus dem Internet. Ich bin ein netter Mann aus dem Internet. Die Frau fürs Leben. Ich glaube, ich glaube, ich liebe dich jetzt schon. Klaus, jetzt hör mal auf! Klaus! Klaus, geh ins Haus zum... Klaus! Klaus, komm mit! Klaus! Klaus, in deinen Schuppen zurück, Klaus! In deinen Schuppen zurück! Papa, wo kommt der Typ eigentlich immer her? In den Schuppen zurück, Klaus! Klaus! Ja, ich geh doch! Au! Hier wohnt ein Huse. Ja, ja, Klaus. Aua! Kinder, wollen wir zusammen zum Schwimmbad gehen? Ja! Ich möchte Auto fahren. Lukas, du willst Auto fahren? Ja, ist kein Problem mehr. Hilfe! 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 Das Auto hat nicht genug Plätze. Klaus, bin ich hier reingeraten. Hilfe! Ich weiß auch nicht. Wo ist denn das Auto hier? Der stand doch hier gerade eben. Ah, hier. Ich hab's umgeparkt. Ja, das ist super. Ich sitz vorne. Nein, tust du nicht. Da sitz ich. Nö, ich sitz vorne. Klaus, geh da raus! Brrrrn! 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 So, Kinder, alle einsteigen außer Lukas. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber Papa, ich will auch... Simon, fahr anfangen mit W-A-S-D. Du weißt, wie es läuft. Ne, Simon. Simon, du kannst... Simon, du hast super fährst im Auto. Lingen! 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 Lingen einsteigen! Wie? Ja, gut. Ich glaub, du hast keinen Führerschein. Ey, Klaus, steigst du wieder aus dem Auto raus? Ich hab den Longboard-Führerschein. Klaus, aus dem Auto raus! Nein! Es gibt keine Longboard-Führerschein. Nein! Es fährt einfach nicht. Was mach ich jetzt? Ja, wir gehen doch zu Fuß, Kinder. Schau mal, wir liegen witzig. Lukas, du steigst das Auto ein. Nein! Aber ich will... Lukas, steige das Auto ein, auch wenn es funktioniert. Du kommst da raus! Lingen! 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 So, es geht wieder, es geht wieder. Ey, Lukas! Lukas, wenn du jetzt weiterfährst, Lukas. Lukas! Lukas! Ja, ich geb dir kein Gas! Aua! Lukas! Oh, jetzt hab ich meinen Sohn umgebracht. Da ist ja gar nicht drin. Ein, ich steig dann ein. Okay, sehr gut, okay. Dann würd ich sagen. Los geht's, Kinder! Einsteigen! Juhu! Einsteigen! Aber jetzt geht's ganz tief. Nein! Der Sommerstitze! Nein! Nein! Äh, Lingen? Ja? Ich würd euch immer sagen, dass du meine Geilste Tochter bist. Ich glaub, wir überleben das sogar, wenn wir nicht aussteigen, Lingen. Gut, wir sterben nicht. Haha! Wir haben das Universum ausgetrickst. Aussteigen. Ihr seid doch nicht aus... Ah, jetzt bin ich tot. Ups! Ich muss mein erstes Wortchen mit euch reden, kommt doch mal nach Hause. Okay. Lukas! Kommt bitte jetzt nach Hause und ich möchte jetzt bitte, dass ihr euch alle im Wohnzimmer versammelt. Haha! Ups! Da hab ich ihn kurz zu Raum gebracht. Lukas, du und ich bleibst hier draußen vorm Fenster stehen. Ist das klar? Ich hab euch was zu sagen. Setz euch mal an den Tisch. Lukas, damit du lernst, dass du kein Teil der Familie bist, bleibst du vorm Fenster stehen und weinst, ja? Papa, ich glaub, ihr badest gar nicht echt. Was? Ihr badest gar nicht echt. Glaube ich nicht. Ich glaube, ihr badest schon echt. Okay. Setz euch mal an den Tisch. Klaus, kommst du bitte vom Tisch runter? Klaus, setz dich bitte hin. Klaus! Ja, 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 ja. So, okay. Lukas! Es hieß die ganze Familie! Klaus! 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 Es ist Obst im Haus, hab ich gesehen, das geht so nicht weiter. Okay, wir haben Obst im Haus, ja. Und die Ruhe hier, die, die... Es ist überhaupt keine Ruhe da. Es wäre schön, wenn wir einmal 10 Schweigesekunden einlegen. Ja, okay. Setzt euch bitte an den Tisch und schweigt. Ich komme aus einer christlichen Familie und dann schweigt man vorm Essen. Marc, du... Lukas! Nein! Mach das weg, bevor ich will... So, alle jetzt mal hinsetzen, Kinder. Kommt, setzt euch alle an den Tisch und schweigt gemeinsam. Ich möchte keinen Mucks hören. Okay. Wer hat denn geklingelt? Bleib mal sitzen, ich mach das schon. Ja, okay, gut, gut. Du kümmerst dich da drum. Nein, ganz schön. So, okay, alles klar, es war nur Lukas. Du machen hier, sehr gut. Okay. Sollen wir nicht gemeinsam was kochen? Kinder, wir kochen uns alle was zusammen. Papa, ich renne! Ja, das passiert. Papa Lukas von Pugelnberg! Papa! Wer hat denn hier dieses Hild hingestellt? Ich. Ich würd gern Fernsehen gucken. Äh, ja. Gut, dann guck du was Fernsehen, ich mach was zu essen. Lingen, wir gehen ganz kurz hoch. Äh, duschen. Lingen kommen wir so. Wir sind ganz kurz. Hilfe! Komm, Lingen. Äh, Schatz, kommst du auch kurz mit? Ja, ich komm. Äh, wir gehen jetzt baden in 100 Liter Schleim. Eifer stein du nicht, komm. Kommt, Kinder, wir gehen baden hier. Oh, mein Sohn kackt dir gerade. Hallo, wir wollen irgendwie gerade das Video machen. Raus jetzt hier. So, alle in die Badewanne setzen. Alle in die Badewanne setzen. Simon, hast du den Schleim? Ich hab, ich hab 100 Kilo Schleim. Okay. Hab ich von Vivi und Simon Desu gebaut. Sehr gut. Bade in 100.000 Würsten. Bade in 100.000 Schwänzen. Oh ja, geil. Bade in 100.000 Schwänzen. Das ist doch ein geiler Video. Ich will Kameras machen. Oh ja. Okay, du machst die Kamera einfach stein. Und Marc. Scheiße, Marc. Okay. Hier Fisch und Brot auch. Ist ein super Kramat, oder? Ich hab gehört, dass dieses YouTube Video auf jeden Fall anspruchsvoller ist als 100 Liter Schleim baden. Okay. Gut. Link, kommst du vielleicht ganz kurz? Sing, Link. Oh, jetzt ruft mich gerade Sascha unsympathisch hier an. Ja, hallo? Ja, ruf mich mal bitte. Okay, kleinen Moment. Okay, ich bin... Auaah! 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 Komm jetzt duschen, Schatz, komm. Ja, komm Schatz, jetzt nehmen wir endlich rein. Ich hab überhaupt noch diese Scheißkinder. Sehr gut. Ich wollte nicht aus dem Dach holen. Ich zeige euch an die Gruppe Geschichte. Okay, Kinder, wir gehen... Klaus, warum hast du das Video? Lustig. Ja, es ist eine super Format-Folge hier, oder? Es ist echt sehr koordiniert auf jeden Fall. Kinder, wir gehen jetzt alle zusammen auf den Dachboden. Kommt bitte alle mit. Ja! Ich hab Alter in der Lunge. Okay. Lukas! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Lukas! Entschuldigung! Ich schupp sie vom Dach, ich schupp sie vom Dach, ich schupp sie vom Dach. Warte, Papa! Vom Dach, unser Lukas! So, Kinder, mir reicht's jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Ich wandere wieder aus. Nein! Es ist hier alles kaputt, mir reicht es jetzt schon wieder. Komm, das scheiß Armat an, kam ich auch mal am Arsch hier. Schatz, komm, wir wandern aus. Verpinn dich, Klaus, Mann! Ah! Papa! Nein, Mann! Warte! Warte!